Sangha – Austausch mit Weggeschwistern und Sadhus Wenn man mit einem Biologen durch einen Regenwald wandert, der einem die ganze Pflanzenwelt erläutern kann, erlebt man diesen gänzlich anders als ein Tourist, der sich einfach nur vom Sichtbaren mitreißen lässt. Deshalb wird immer wieder betont, dass das heilige Studium immer begleitet sein soll von Sadhus, von Personen, die den Inhalt der Schriften verwirklicht haben und ihn lebendig verkörpern. Dabei tauchen neue Perspektiven auf, die man oft noch gar nicht berücksichtigt hatte. Der Vorgang der Offenbarung nimmt seinen Lauf und deckt immer wieder ein wenig mehr von der Unendlichkeit der heiligen Texte auf. Natürlich wird man auch im Austausch mit Weggefährten mit der Zeit Personen genauer kennenlernen und sehen, inwiefern sie effektiv ein brennendes Interesse haben, sich über heilige Themen auszutauschen. Oft sind auch spirituelle Kreise mehr an sozialem Aufgehobensein interessiert, als an der Kommunikation und der Reflexion von Krishnas Worten. Sadhus sind die Verkörperungen der Worte der Schrift. In ihrer Gemeinschaft bekommen die heiligen Texte ein Leben. Sie werden erst greifbar und konkret im Hören von Personen, welche die Inhalte der Schriften direkt erleben. Im aufmerksamen Zuhören von ihnen erhält man die Stimmung der geschriebenen Worte, die tieferen Bedeutungen und vor allem ihre Verwirklichungen, welche die Kapazität haben, eine Explosion der Gottesliebe auszulösen. Die manchmal hart und trocken wie Fels erscheinenden Worte beginnen zu zerfließen, aufgrund des tieferen Sinnes, welches die Sadhus offenlegen. Sie sind die lebenden Kommentare der heiligen Botschaft. Alle heilige Information wird vom denkenden Geist in seine Vorstellungswelt integriert und somit in der Dimension eingeschränkt und sogar verzerrt. Das oberflächliche Verständnis gibt sich vorschnell mit sich selbst zufrieden. Die fromme Faulheit glaubt, die wesentlichen Schritte bereits getan zu haben. Das wache Gemüt aber, das in der Gemeinschaft von Heiligen erweckt wird, erkennt, wie weit der Weg noch ist und wie riesig das Ausmaß der eigenen Verirrung doch war. Das, was ausdrückbar ist durch materielle Worte und was meditiert wird vom materiellen Geist, ist nie die letztliche Wahrheit. Bhagavatam 11.28.4b Durch Sangha, lebende Gegenwart und Verkörperung dessen, worauf die Schrift hinweist, erkennt man den Versuch, das Verständnis der Schrift mit seinem eigenen bisherigen Verständnis in Einklang zu bringen, als Manifestation eigener Trägheit. Man ist nun eingeladen, aus diesem herauszuwachsen. Diese von den selbstverwirklichten Heiligen vorgenommene Stimmung ist das, was heilige Texte erst lebendig gestaltet. In der Bibel heißt es, Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Korinther 3.2-3 Das heißt, dass das innere Genährtsein mit dem Hören von Sadhus beginnt, da anderes noch gar nicht aufgenommen werden könnte. Als Chaitanya Mahababhu Sanatan Goswami in Puri unterwiesen hatte, hörte Haridas Thakur offensichtlich noch ganz andere Dinge heraus, die nicht direkt gesprochen wurden. Wenn man die Essenz, das Herz des Gegenübers erkennt, versteht man noch viel mehr. Von einem lieben Weggefährten gespiegelt, erkennt man in den Worten Gottes noch Bedeutungen, welche man selber nicht herausgehört hatte. Immer wieder darf ein Text interpretiert werden, denn sein Bedeutungsgehalt ist nicht limitiert. Die Heiligen offenbaren immer wieder neue Bedeutungen. In einer tiefen Meisterschülerbeziehung geht es nicht einmal primär um das vermittelte Wissen, sondern um die liebevolle Beziehung, durch welche alle Inhalte und Bedeutungen der Veden dann zu einem hinfließen. Wenn jemand zu einem Lehrer geht und glaubt, von ihm einfach Wissen zu erhalten, mag dies vermittelt werden. Doch Svarub-Shakti, Krishnas eigene Erkenntnis und Liebeskraft, beginnt erst durch die liebevolle Beziehung vom Lehrer zum Schüler hin zu fließen. Irren ist menschlich. Irren ist unvermeindlich für alle, weil niemand vollkommen ist. Niemand aber möchte unvollkommen bleiben. In allem Lebendigen gibt es ein Element, das nach Vollkommenheit strebt. Wenn das nicht so wäre, würden wir in uns keinerlei Wunsch verspüren. Unser Streben nach Vollkommenheit ist aber sicher sehr schwach und begrenzt, denn sonst könnten wir das Ziel augenblicklich erreichen. In Klammer aus der Einleitung von Sri Guru and His Grace von Srila Shridhar Maharaj. Das Eingeständnis in die eigene Begrenztheit und der genauen Erkenntnis der eigenen Heilherzigkeit, verursacht durch Äonen vergangene Eindrücke, generiert die Dringlichkeit, sich an eine helfende Instanz zu wenden, an Krishnas Führung, die sich direkt bis zu uns hin ausstreckt. Sri Guru Die betende Seele erkennt, dass sich Gottes Interesse und Liebe sich direkt vor einem kristallisiert in einer Gestalt, die man deutlich hören und wahrnehmen kann. Der spirituelle Lehrer ist nicht allwissend und durchleuchtet auch nicht die menschliche Psyche seines Schülers. Er ist einfach in Radha Krishna vertieft und natürlicherweise fließen so inspirierende Worte ins Herz der Seele ein, welche sie zutiefst nähern und lenken auf ihrem weiteren Pfad. Sri Guru offenbart sich hauptsächlich auf zweierlei Art, als Lenker von innen und als Lehrer von außen. Beide Wirkungsweisen des Absoluten inspirieren die Seele zur vollständigen Ergebung hin. Da wir der inneren Führung nicht wirklich Gehör und Gehorsam schenken, doch den aufrichtigen Wunsch danach haben, manifestiert sich diese vor uns als Guru. Die barmherzige Manifestation Gottes als Lehrer. Das Erscheinen von Sri Guru ist das glücksverheißendste Ereignis für die leidende, beseelte Natur und kann mit dem Aufgang des Morgensterns verglichen werden, der den Wanderer, der sich in der Wüste verirrt hat, zurückführt. Eine sanfte Berührung der barmherzigen Hand von Sri Guru kann die unaufhörlich strömenden Tränen von allen weinenden Augen fortwischen. Ein Patriot oder ein Menschenfreund macht das Problem nur noch schlimmer. Mit seinem verzweifelten und vergeblichen Versuch, den tief verwurzelten Schmerz der leidenden Seele zu lindern. Genauso wie es ein unwissender Arzt tut, der einen unglücklichen Patienten allzu eifrig behandelt. Aus der Einleitung von Sri Guru and His Grace von Srila Shrida Maharaj. Ein Suchender auf dem inneren Weg wird sich der Ferne seines Zieles brennender Liebe und Hingabe zu Radha Krishna in Vraj immer mehr bewusst. Jede kleinste Einsicht ist ein wohlwollendes Geschenk vom absoluten Herrn und nicht ein Recht, das man einfordern oder sich erstreiten könnte. Wir als Seelen sind unserer Wesensart gemäß nur dazu ausgerüstet, die Gnade Gottes zu empfangen. Wir sind also gänzlich Empfangende. Dankbarkeit ist die natürliche Antwort auf jede Schenkung. Durch die Haltung der Dankbarkeit wird man natürlicherweise in die Gemeinschaft von Sadhus hineingeführt. Sangha Das Lesen von Heiligen Schriften ist Sangha, ist Gemeinschaft mit dem Schreiber oder mit dem, der da beschrieben ist. Dieses spirituelle Studium ist interaktiv. Man kann auch Fragen stellen und es werden Antworten erteilt. Aber oft sind diese Antworten doch gänzlich anders als jene, die man von physisch gegenwärtigen Menschen erhält. Da aber bei der Befragung der Persönlichkeiten in den Heiligen Schriften eine sehr große Gefahr der Projektion eigener Vorstellungen besteht, ist es notwendig, das geistige Gespräch mit einem Gegenüber zu pflegen, welches auch physisch manifestiert ist. Dabei wird der eigene Erfahrungshorizont geweitet und seine eigenen Widerstände zur Hingabe werden einem sehr klar, dass man sie nicht mehr spirituell verklären kann. Dazu benötigt man einen geistigen Weggefährten, einen Begleiter, Sangha. Sangha ist nicht einfach nur das Zusammensitzen mit Menschen, die sich spirituell nennen. Das bedeutet, dass solche Gemeinschaft drei wesentliche Elemente umfassen soll. Svato-Ware Die Person sollte merklich weiter fortgeschritten sein. Snigta Diese Seele, von der wir hören und lernen können, soll auch eine liebevolle Beziehung mit uns haben. Es ist immer nur in der Atmosphäre von Zuneigung möglich, heilige Themen zu verstehen und vermittelt zu bekommen. Diese Seele soll ein Interesse an uns haben, an unserem spirituellen Leben. So wie die Kuh sofort aus Zuneigung Milch gibt, wenn sie das Kalb sieht, so soll aus dieser Seele aufgrund der Zuneigung Hari Kata heilige Diskurse aus ihrem Mund fließen, wenn sie uns nur sieht. Satchatya Satchatya bedeutet, dass sich die Seele in einer ähnlichen Stimmung wie man selber befinden soll. Das heißt natürlich nicht, dass innerweltliche wie politische oder weltanschauliche Haltungen konkurrent sein müssen, sondern dass die Gemütsstimmung, wie man die Gottes Hingabe versteht und lebt, ähnlich sein soll. In der spirituellen Dimension gibt es so viele unterschiedliche Weisen, Radha Krishna zu dienen. Alle sind perfekt und doch unterscheiden sie sich grundlegend voneinander. Tiefer verstanden bezieht sich Satchatya auf die Staibav, die ewig in der Seele feststehende Art der Beziehung zu Radha Krishna. Diese Seele soll verwirklicht und verankert sein in der Art der Gottesbeziehung, zu welcher man sich selber angezogen fühlt. Wenn diese Seele in Sakya oder Vatsalya-Ras ist, ich aber Radhika dienen möchte, dann ist diese Verbindung nicht Satchatya. Wenn diese Person in Madhurya-Ras ist, aber Sambhoga ijamai, das heißt mit dem Wunsch Krishna zu treffen, ihn zum Armen, uns mit ihm zu tanzen, so wie die Asthasakhis, dann ist diese Verbindung ebenfalls nicht Satchatya. Die Manjaris wollen dies nie, nicht einmal in Träumen. Sie wollen nur Radhika dienen und tun alles dafür, dass ihre Swamini Krishna treffen möge. Erst wenn all diese drei Elemente vorhanden sind, kann man von Sangha sprechen. Deshalb heißt es, dass Sadhusangha so rar ist. Und wenn man einmal eine solche Möglichkeit erhalten sollte, man alles dafür geben soll, sie wahrzunehmen. Keine äußere Verpflichtung soll einem nun vor so einer Gelegenheit mehr abhalten können.